Die nächsten sieben Wochen werden extrem geil auf meinem Kanal, denn es folgt die heißeste Phase der Saison. Danach gibt es eine kurze Pause und dann auch schon die Europameisterschaft. Leute, ihr wisst gar nicht, wie gehypt ich heute bin auf das erste UEFA Champions League Viertelfinale hinspiel zwischen Real Madrid und Manchester City. Jude Bellingham trifft auf Erling Haaland. Die beiden Jungs, die früher bei Dortmund zusammengekickt haben. Ich bin gestern Abend bereits gelandet, von München nach Madrid geflogen. Es ist super Wetter, Leute, blauer Himmel. Aber es ist auch ein bisschen mehr Schein als sein. In Schoppenfrüß war es sogar nur 6 Grad. In Berlin beispielsweise sind es gar 12 Grad mehr als in Spanien. Deswegen habe ich auch die fette Jacke an, weil abends wird es richtig kühl. Heute werde ich schön Auge machen auf die Frechfratz Madrilenen, bevor es dann morgen nach Paris geht. Denn dort bin ich mit Barca im Auslandsblock. Und Barber würde mir eigentlich auch mal wieder gut tun. L10. Ja, Lionel Messi Nummer 10 oder was? Na gut, ist ja auch seine Stadt. Nicht das Bernabeu, sondern das Bernaleu. Hier ist ein Giedel noch. Mein Hotel ist übrigens direkt da vorne an der Kreuzung. Ah, das ist es ja auch schon von außen. Ich habe aber voll verkackt beim Buchen, Freunde. Ich glaube, weil einfach so viele Leute auch aus Mensch zu ankommen. Und die Rate ist sehr teuer. Und dann habe ich halt noch eins genommen, was so einigermaßen noch in Ordnung geht. Also es kostet jetzt 400 Euro zum Beispiel für zwei Nächte. Aber es liegt halt an dieser fetten Hauptstraße. Und ich habe es nicht gecheckt. Ich habe so schlecht geschlafen. Ich zeige es euch mal. Also hier ist es ja eigentlich ganz fresh. Riecht auch ganz gut. Aber das ist immer der Preisleistung ist nicht gut. Jetzt habe ich auch noch ein weißes T-Shirt angezogen. Man könnte denken, dass ich heute Realsupporten werde. Hier im Gang sieht es auch noch ziemlich edel aus. Das sind überall so schwarze Marmorplatten-Optik. Und by the way, versucht gerade Real Madrid die Erlaubnis zu bekommen von der UEFA. Ich dachte, so etwas können die zum Beispiel selber entscheiden. Die wollen nämlich heute mit geschlossenen Dach das erste Mal an der Champions League spielen. Damit die Fans einfach das Maximum der Akustik rausholen können. Guardiola meinte auch in der PK. Er hätte auf jeden Fall Bock drauf, mal das zu erleben. Die Schalker werden sich jetzt denken, das ist ja gar nichts Besonderes. Aber für die Madeleine in der Champions League, tatsächlich gab es das noch nie. Wurde ja auch erst vor kurzem fertiggestellt. Kurze Rundtour. Also es ist jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber man merkt halt, es ist auf jeden Fall etwas in die Jahre gekommen. So Kleinigkeiten wie die Decke, die hängt da einfach schon so runter. Und was mich halt am meisten abfuckt, Leute. Ich weiß nicht, ob es auf Kamera so rüberkommt. Die Fenster sind gerade geschlossen. Ich bin mal leise. Man hört den kompletten Verkehr. Aber nicht bei dem Fenster, sondern da, weil das einfach so undicht ist. Ich musste dann mit Ohrstöpsel. Schau mal, das kommt alles die ganze Zeit durch. Hier sind überall so Löcher dazwischen. Wenn ich das aufmache, schau mal. Das ist geisteskrank laut. Deswegen habe ich auch so mit solchen Ohrstöpseln geschlafen, damit ich es einigermaßen aushalte. Aber ich bin dann locker sechs Mal aufgewacht oder so. Naja, Leute, ist egal. Hier ist auf jeden Fall noch eine Minibar am Start. Das Gute ist, wir sind nur zwei Kilometer vom Stadion entfernt. Aber es gibt eigentlich noch voll viele andere Hotels, die beim Stadion sind. Aber die kosten halt irgendwie das Doppelte nochmal. Aber ja. Matratze, ja, ist jetzt auch nichts so Ding. Aber ich habe mich auch beschwert bei der Rezeption, dass sie mir bitte einfach ein ruhiges Zimmer geben. Aber die meinten, nee, du musst deine Street buchen, irgendwie 170 Euro pro Nacht nochmal jeweils mehr zahlen. Weil das liegt dann eben in der Seite innen und ist auch ausgebucht. Ja, das ist egal, Leute. So ist das halt, ne? Hauptsache, wir erleben heute ein geiles Spiel. Das ist einfach so ein Prinzip-Ding. Und das ärgert einen, wenn die es nicht mal schaffen, solche undichten Fenster zu reparieren und trotzdem dann solche Preise verleihen. Im Parallelspiel treffen die Gunners heute auf die Bayern. Und tut mir leid, ich habe 3 zu 1 für Arsenal getippt. Auch wenn das letzte Mal die Münchner jedes Mal 5 zu 1 gegen die Gewinner in der Champions League. Nein, jetzt mal Hand aufs Herz. Wisst ihr, was die geilsten Halbfinalspiele für mich persönlich wären? Dortmund gegen Barca und dann Bayern München gegen Real Madrid. Also so ein bisschen bin ich sogar für Real heute. Einfach, weil ich dieses deutsche und spanische Klassico gemixt in der Paarung sehr feiern würde. Und wer weiß, es ist vielleicht... Ich trau mich schon wieder zu sehr. Alter, was ist das für ein geiles Miami-Graffiti hier? Richtig fresche Faden. Fresh, fresh, fresh. Wenn man an die Champions League denkt, dann kommt einem natürlich sofort der erfolgreichste Torschütze in der Competition aller Zeiten in den Sinn. Und das ist Cristiano Ronaldo. Aber apropos Chris, der ist gestern komplett durchgedreht. Habt ihr das gesehen? Digga, wie er danach auch noch so das Publikum und so verhöhnt hat mit dem Applaus. Hier sind echt viele Graffitis überall, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich da durchlaufe. Ich suche jetzt einfach mal erstmal ein Frühstückslokal um 15 Uhr. Ja, moin. Laut Opta Analyst sind das die ausgerechneten Wahrscheinlichkeiten. 28% für Man City und danach kommt Real Madrid, der zweite Favorit mit knapp 15%. Das ist auch so ein ganz typisches Muster in Spanien, diese blauen Vliesen. Das sieht man auch öfters in Mallorca und in Barcelona. Ich weiß aber nicht den Fachbegriff gerade dafür. Wenn man übrigens einen Man City-Stadion-Vlog eingibt bei YouTube, dann kommen so viele Videos von mir. Boah, das hat mittlerweile 1,9 Millionen Aufrufe. Das war das Spiel, wo Rodrigo zwei Tore geschossen hat in zwei Minuten. Da bin ich wirklich für 40 Sekunden Real Madrid-Fan geworden. Das ging nicht anders, Leute. Das, was in diesen 120 Sekunden los war in Bernabeu, das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Und ich war schon oft hier. Ich habe ja auch schon mal ein Klassico 4 zu 0 für Barca dort erlebt. Aber klar, dann geht es halt nur um Osters-Blog ab. Das werde ich nie vergessen. So viele älteren spanischen Opis sind schon davor nach Hause gegangen und haben nicht mehr daran geglaubt. Man City war so viel besser über die zwei Spiele gesehen. Und aus dem Nichts, bumm, bumm, zwei Kopffälle von Rodrigo. Das war so. Ich finde keine Worte mehr dafür. Und das war letzte Saison, wo es die 4-0-Klatsche gab für Real. Da werden sich die Königlichen auch versuchen zu rächen, Leute. Oh, ist ein schöner Baum, Digger. Die ganzen schönen Blüten, Digger. Nice. Hola, buenas tardes. Si, si, Anton. Como estas? Bien? Eres Fan de Real Madrid? ¿Quién no es fan de Real Madrid? ¿Quién no? Ah. ¿Quién no es fan de Real Madrid, amigo? Er sagt, wer ist denn bitte kein Real Madrid-Fan? Yo estoy aquí hoy para el partido. ¿Partido? Si, 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 si. Pero yo soy fan de Barca. Yo quiero que gane el City. Ich habe ihm gesagt, dass ich auch gemacht, aber ich mache Spaß. Das ist auch ein richtig geiles Edil, was 433 gepostet hat. Mit so vielen Easter Eggs. Pep Guardiola als Zeichnung auf den Tisch. Oder Erling Haaland auch als Alien angedeutet. Und da hinten steht er quasi als Schrank, dass man nicht durch die Tür kommt. De Bruyne ist am Headglitschen und spät durchs Fenster. Vinicius, ey, wir können uns auf so viele Topstars heute freuen. Toni Kroos wird sowieso wie gewohnt, wie immer performen. Ein paar Spaß beiseite, Leute, mit allen Jokes ab und zu. Aber Madrid ist wirklich eine 10 von 10 Stadt. So schön hier immer. Aber wir haben heute auch wirklich den besten Tag dafür erwischt. Da vorne fängt doch schon die Einkaufsstraße an. Vielleicht erinnert ihr euch, genau an dem Zaun habe ich mal einen Take aufgenommen. Und da habe ich euch die Bank von Spanien gezeigt. Die ist nämlich hier auf der linken Seite. Ich dachte, dass hier damals Haus des Geldes gedreht worden ist. Das ist ja auch die richtige Bank von Spanien. Aber die haben bis dann bei einer anderen Location produziert. Und das dann als Bank von Spanien versucht zu verklickern. Das ist auch nochmal ein lustiger Throwback, da wo Rodrigo die Zertore gemacht hat. Real hatte zu einem Moment des Spiels nur 1% Chance weiterzukommen. Man City, 99% waren sie schon durch. Und dann dieser Meme. Real Madrid und Champions League. Zwei Wörter, die man einfach manchmal 0,0 versteht. Ich habe mir gestern im Flugzeug diesen Film angeschaut. Der kam ins Neue raus auf Netflix 2024. Das ist jetzt keine Schleichwerbung oder so, Leute. Aber guckt euch den an. Das ist genau mein Geschmack bei euch. Ich habe den so gefühlt und gefeiert. Die U-Bahn-Station heißt einfach Anton. In die Infrastruktur in Madrid ist ziemlich krass. Wir fahren gerade quasi genau unter dem Plaza Mayor, Leute. Also es ist vergleichbar so mit dem Marienplatz oder so aus München. Und die haben hier einfach so ein Underground. Für Autos, nicht nur für U-Bahn. XI. Y mucha suerte. Ciao, tia ti. Ciao, ciao, ciao. Okay, und jetzt sind wir draußen. Oh, Motorrad, Digga. Richtig nice. Ein Kollege mich auch vor ein paar Tagen bei schönem Wetter in München mitgenommen. Hat richtig Spaß gemacht. Kleine Spritztour. Apropos, Leute. Es könnte übrigens sein, dass wir auch ein paar Dortmund-Fans gleich hier im Zentrum treffen. Weil die spielen nämlich morgen auch in Madrid gegen Atletico. Und wir snacken jetzt hier etwas. Da kenne ich auch schon ein Restaurant. Das ist sehr, sehr lecker. Boah, Digga, oh nein. Aber hier ist ja todesviel los. Hier treffen sich alle, schon mal wie viele City-Fans hier sind. Alter, das sind ja voll viele von denen. Wir haben ja auch alle solle City-Fans hier. Geil. Und die haben ja auch hier eine Fahne mitgebracht. Kann ich vielleicht euch für eure Prediktion fragen? Es ist für YouTube. Ja, für YouTube. Ja. 3-1. 3-1 für City. 2-2. Und dann in der zweiten Leg gewinnt ihr in Manchester, oder? 1-2. Absolut, du bist sicher. Und du? 1-1 für Manchester. 1-1 und dann in Manchester. 1-2 für Manchester. Ja. Ich bin für dich, ein Barcelona-Fan. Okay? Bye-bye. Ja? Ja. Okay, Gundogan. Ja, ja. Gundogan. Ah, ja. Okay, bye-bye. Einer meinte 3-1 und die anderen beiden unentschieden. Und das ist dann in Manchester, ja, die sie packen werden. Alter, die treffen sich alle hier. Also ich glaube, ich werde doch woanders snacken, aber wir können hier ein paar Prediktions einfangen. Ich denke, 1-1. 1-1? Ja, check it back to the edge. Ja, wir winnen. Okay, okay. Nice badge hier. Also, nice jersey. Who do you have in the back? No one. Okay. What's your favorite player? Roger. Wir haben auf uns extrem gute Laune, treten ein paar Bierchen, sind sehr realistisch da. Ach, in Madrid reicht uns das 1-1. Digga, das war noch ein Maskottchen. Was ging jetzt ab, Dini Junior? Ja, der snickt sich immer rein. Und er will ihn, bedroht ihn. Was ging jetzt ab? Er ist auch schon der heutige Match-Scheid. Oh, Diggas, geht ja voll ab, Leute. Da ist ein Tennis-Feld aufgebaut, mitten beim Plaza Mayor. Ein paar Leute am Dundon. Wer hat da? Mario. Hey, Mario. So, du wirst es hier, dass du es für halbe Stunde gehst. Okay, und du? Wer hat die Beile? Ryan. Und dann... John's Bounce. Alright, bye-bye, yeah? It's down, yeah, nice. Bye-bye. Keiner sagt, dass Haaland trifft, ne? Aber okay, in den letzten, ich glaube, 17 große Spielen oder so hat er auch nicht einen Scorer hat hier. Das ist echt ein verdammt. Er versucht, den ManCity Hüte zu verkaufen, obwohl die Real-Fans sind. Geil. Ah, da sind auch schon zwei Dortmunder zwischen den City und den Real-Fans. Mission-Type-Verteidigung für City. Ja, was denkst du? Er hat einen, wenn er gegen Real Madrid gespielt hat. Really? Ja, 100%. Ich habe ihn in den letzten Jahren. Many Jahre ago, okay. Aber er hat gewonnen. Ja? Er hat gewonnen. Really? Was ist dein Name? Er ist leg. Ich kann es in dem Video sagen. Kassel Habits. Das ist es. Really? Ja? Er ist leg. Ah, ja, ich glaube es. Ja, natürlich. Er hat das auch. Das ist gut. Wow. No, das ist... Ah, und das war das Spiel, wenn du gegen Real Madrid gewonnen hast? Ja. Hey, I don't believe it. This is so random. Wow. What do you think? As an expert. I think it's a problem. John? Ja. And second leg, Manchester? Yeah. Okay. Many people here say it. Okay. Thank you very much, yeah? Bye bye guys, yeah? Bye. Ich bin gerade im Disbelief, Leute. Ich habe jemanden getroffen, der gegen Real Madrid in den 90er Jahren selber gespielt hat. Hat auch noch gewonnen, hat sich das als Anding auf seinen Oberschenkel als Tattoo tätowiert. Ich habe aber seinen Namen nicht ganz akustisch verstanden. Ich habe nur gehört, dass er aus Dänemark kommt. Und vielleicht findet einer in den Kommentaren für euch raus, oder ich muss mir das Spiel nochmal anhören. Digger, was ist hier los eigentlich? 2-1, Sassy, I reckon we'll nick it in the end. And who scores the goals? Foden and Grealish. Foden and Grealish, okay, okay. And you? I go 3-1. 3-1, okay, so you're confident. I wish you good luck, yeah? Es ist aber auch schon sehr viel Polizei in der Stadt. Hier sind die ganzen Fanstände, wo die, sag ich mal, nicht ganz originalen Trikots verkauft werden. Aber ja, Verfahrenend kann man sich auf jeden Fall ziehen. Oh, Messi und Ronaldo. Oh, Mbappé, Schal wird schon verkauft. Was? The best of the world, Mbappé, jetzt schon. Da ist Vinicius, Bellingham. Ja, morgen sehen wir dann den guten Kilian im Prinzenpark. Mal gucken, was er als zukünftiger Realstar gegen Barca liefern kann. Aber das ist dann ein anderes Thema, Leute. Das beschwächende Morgen. Ui, 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 hier ist ein Spezialladen für türkische Nachspeisen. Da gibt es da so Baklava und so. Ui, geil, Dicker. Ui, ui, ui. Riecht das hier heftig. Am liebsten würde ich das jetzt direkt essen. Aber ich brauche erst mal was Salziges. Wenn ihr mal Bock habt, Tanz zu gehen und den spanischen Flamengo auszupacken, dann könnt ihr euch mal die Calle del Marquez Biodo de Pontejos anschauen. Da ist Burger King, McDonalds, Taco Bell. Ich muss wieder stehen, Komm an schon, haltet durch. Ich überlege die ganze Zeit, was meine Prediction für das heutige Spiel ist. Es ist so schwer zu sagen, 50 Games des Grauens. Das Gute ist, alle Stars sind Top-Fan. Ui, ganz viele, ja. Ah, noch Deutsch. Was geht ab, Jungs, ne? Was denkt ihr? Gewinnt ihr? 3-2. Heute schon 3-2? Ja? Ich glaube, heute unentschieden. Haben auch entviele City-Fans gesagt. Ich glaube, auch so 2-2 oder so. Wen habt ihr hinten drauf? Rodrigo? Bellingham? Bellingham, wen habt ihr? Oh, nochmal Bellingham, okay. Nice. Also, Jungs, viel Spaß, gell? Ciao, ciao, tschüss. Das ist eben genau der springende Punkt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schussspieler wie Rodri oder Bellingham bei Real verletzt wären, dann könnte man auch sagen, so, okay, dann ist es vielleicht so 60-40-Game. Weil ihr kennt bestimmt den guten Lauf, den Rodri hat. Immer wenn er im Kader ist und für Man City aufläuft, verlieren die einfach nicht. Irgendwie schon seit über 60 Games. Die Bräune auch sehr wichtig. Und heute sind wirklich, ich glaube, keiner fällt aus. Alle sind da. Also, deswegen kann man es echt wirklich nur sagen. Madrid vs. Manchester City. Oh yeah. Hier auch nochmal als Beweis. Die letzten 65 Spiele von Rodri, das ist doch absurd. Viele Marios am Start hier in der City. Okay, langsam wird es echt warm. Goya, das ist auch einer der schönsten Flecke in ganz Madrid. Hier befindet sich nämlich das Four Seasons Hotel. Hier kommen auch ganz viele hin, weil sie sagen, das ist mit Abstand das schönste Gebäude in Madrid. Oh, da habe ich auch noch zwei Dortmund-Fans gespottet. Ich glaube, hier hat auch Union Berlin übernachtet heute, als sie gegen Real gezockt haben in der Gruppenphase. Oh, da ist schön, dass hier aussieht die Architektur. Wahnsinn. Hä, da ist ein Dach. Kling, komm. Uiuiui, jetzt dreht er sich um. Uiuiui. Erst mal umdrehen, ne? Und vorweil aus. Ist ein 11 von 10 Gebäude. Sehr, sehr schön. Ja, da sehe ich mich. Das ist hier auch so eine richtig schöne Galerie. Können wir auch gleich mal durchspazieren. Aber davor gehen wir in die Foodhalle. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Oder ist das so Supermarkt-mäßig? Ich weiß gar nicht. Seht ihr das? Der Tisch ist so aus echtem Gestein. Wie krass haben die denn das gemacht? Hier mit dieser weißen Mauer noch, so Mykonos-Vibe-mäßig. Voll gut aus. Boah, richtig schön hier aus. Ich kannte den Spot noch gar nicht, Leute. Das war jetzt random, dass ich hier hingekommen bin. Voll wenig los, voll ruhig. Und immer verschiedene Mottos. Und je nachdem haben sie es dann auch dekoriert. So, hier gibt es natürlich geile Brötchen mit Jamon und so. Aber ich will mich eigentlich hinsetzen. Pasta oder so wäre geil. Ich habe jetzt hier einen geilen Laden gefunden. Sieht einfach aus wie so Anime-Essen. Die haben hier so ganz viele verschiedene, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Dumplings. Aber das ist die asiatische Version davon. Boah, ich glaube, das gönne ich mir einfach, das Classic One. Und dann noch Nudeln mit Gambas und Gemüse. Da sehe ich mich. Ich bin auch ganz alleine. Mal gucken, ob der Laden was kann. Okay, ich muss doch etwas korrigieren. Und zwar Kai Walker ist ausgefallen und Nathan Arke. Aber ansonsten die Bräune, Rodri, Harland, alle am Stüssel. Ui, 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 jetzt probieren wir den guten Hasen mal. Hier sind auch noch solche Chips, Digga. Mit so einer Soße. Das kennt man aber. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich habe nichts gegessen, Leute. 16 Uhr. Boah, richtig lecker. Nicht so lecker wie bei Mama zu Hause, die Manti. Aber ich würde schon sagen, so eine richtig stabile 7,5. Da seht ihr das Teig in den Fleisch. Oben ist auch noch so ein bisschen so angeröstet. Dann kann man es auch noch in Soja tupfen, aber da bin ich nicht so der Riesen-Fan von. Pasta sieht aber auch richtig saftig, knaftig aus. Hier noch ein paar Nüsse dazu fürs Aroma. Limette werde ich auch noch nicht auspressen. Ein bisschen, wie heißt das, Petersilie oder so. Ein paar Gambas dazwischen. Und noch so eine asiatische Soße. Auf euch und auf den geilen Champions League Abend. Hätte mir die Soße ganz anders vorgestellt. Sie ist so voll süßlich. Fast schon so, als ob sie nach Alkohol leicht schmeckt. Ja, ist was Spezielles. Und ich bin fertig mit Essen. Bin jetzt hier die Wendeltreppe hochgelaufen. Das ist hier, glaube ich, auch noch wie so ein Mini-KDW, Leute. Ich war jetzt kurz ins Hotel zurück, kann mich eine Stunde hinlegen. Und dann geht es auch schon direkt zum Stadion. Boah, Digga, guck mal. Die Optik, wenn man hier rausläuft, liegt man auch direkt hier auf dieses Kunstwerk. Maxi, du Fußball-Experte, was tippst du heute Real gegen City? Real gegen City? Ich sag 2-0 City. Oh, Junge, Alter. No photos. Oh, ich bin random, wird aus dem Taxi raus, Maxi. Er sagt no photos. Und apropos Maxi, Leute. Das hat zwar nichts mit dem Vlog zu tun, aber bei ihm stand ein großer Lebenswandel an. Und ihr seht jetzt etwas Material aus München. Ich glaube, ihr werdet es sehr lustig finden. Viel Spaß und dann sehen wir uns wieder. Ein Tannenzapfen. Herzlichen Glückwunsch, Bruder, die zur ersten eigenen Wohnung. Bitte gib mal den treuen Zuschauern eine kleine Roomtour. Erstmal sortiert natürlich hier die Pullover. Da haben wir einmal Elevate. Ist auch ein treuer Supporter von Edis Studios. Liebe Grüße gehen raus an Willi. Das ist aber nur ein kleiner Teil, ne? Da sind, schau mal, der ganze Haufen, alles Anime-Klamotten. Da sehe ich auch schon eine One-Piece-Fahne. Aber dazu kommen wir gleich. Das ist mein heftigster Pulli. Das sieht man, glaube ich, schau mal. Das ist so richtig wie so ein Teppich, Digga. So ein richtig krasser Flock, Alter. Das ist von Raffi, von seinem Merch mit Shenlong. Den habe ich auch, der ist richtig geil. Strohhut, Junge. Ja, da fragen dich immer alle, wo du die hast, gell? Ja, ich weiß, das kann ich wieder nachdenken. Wie viele T-Shirts auch hier? Zeig mal so schnell, Brau, sonst artet es hier aus. Ah, Barca-Trikot darf auch nicht fehlen, ja? Hier auch mit Barca-Wappen. Rolling Stones Collection, stimmt, ist aus Amerika. Okay, hier ist ein kleiner Ding. Kleiner Goku. Was soll ich von dir? Schau mal, jetzt eskaliert es halt komplett. Hier haben wir Raffi, das ist auch so ein animierter Background, Digga. Ziemlich krass. Dann haben wir hier natürlich auch auf süß angelehnt. Ein paar Bilder von uns beiden. Das habe ich Maxi mal geschenkt, ja? Dann, das ist Shanks, gell? Genau. Boah, das sieht auch krass aus, Digga. Dann noch ein Maus-Pad. Und diesen Stuhl habe ich Maxi auch mal geschenkt. Der kommt auch schon so langsam in die Jahre. Hier wird doch schon so viel gezockt, Digga. Aber sieht krass aus, ich schwör. Im PC ist da noch Shanks eigentlich. Wie im PC? Ah, so wie ich mit Messi? Ja, Mann. Ah, geil, auf dem kleinen Monitor. Dann zeig ich von Shanks Raffi. Boah, es hört einfach nicht auf, gell? Und hier ein Dragon Ball Display. Das sieht aber sehr, sehr wild aus. Hier im Blau. Dann hier auch nochmal Raffi mit Shanks. Ja, gut, das ist sein Lillies-Charakter. Da haben wir auch nochmal Dragon Ball. Hier auch Goku. Hier wieder One Piece. Und Bat, Bat, Bat. Bat kommt noch in zwei, drei Wochen. Aber ich schlafe nochmal raus. Wie, hast du Batwäsche nicht von One Piece? Kommt noch. Echt jetzt? Okay, aber die Kissen sind da. Die zwei Kissen sind schon mal da. Ey, wir gehen gleich über die ganze Leute in Thermi-Erding. Ey, Digga. Das wusste ich bis gerade eben noch nicht, dass er das wirklich hat. Ich habe zwei Badehosen. Wie keiner wissen das, welche tolle Frucht das ist. Das ist unfassbar, Digga. Du hast echt einen Knacks, ne? Hier ist ein kleiner Spoiler für die One Piece. Was ist denn hier noch überall? Das ist halt wirklich. Bro, Maxi, es artet aus, Digga. Schau mal, Dragon Ball. Hier, schau mal, Rocky. Da ist Backprint von irgendeinem Anime. Das ist Shanks. Schau, ich habe wieder irgendwas mit Shanks. Dragon Ball, Nike. Wahrscheinlich offiziell Nike-Kollektion, oder? Ey, was ist denn da? Da ist auch noch eine kleine Statue. Was ist das? Ey, das ist eine Spieluhr. Schau mal, die tut das Opening von One Piece abschmieren. Okay, das ist, das fühle ich heftig. Das finde ich nice. Da würde ich gerne so was mit Dragon Ball Maladie haben. Was ist das, eine Fahne, oder was? Da hast du auch noch so ein Ding, ne? Was ist denn das? Da ist ja noch Geschenksrucksack. Nein. Bro, wie viel Geld hast du schon ausgegeben für die ganze Sache? Das ist doch ungelogen. Ey, Junge, Alter. Und das ist halt die Piratenflagge. Aber ich freue mich voll für Maxi, weil so erste eigene Wohnung ist ein richtig cooles Feeling. Also, Wohnzimmer fehlen noch die ganzen Sachen. Hier haben wir auch nochmal ein One Piece Display. Und du hast ernsthaft einen One Piece Teppich bestellt? Jetzt ernsthaft? Aber ich will nur noch für den Ding. Ach, für... Okay, okay, verstehe. Ja, okay, hier fehlt natürlich jetzt noch alles. Ey, Freunde, ich blende euch mal die Instagram Story ein, weil vor ein paar Tagen war das noch lustiger. Da stand einfach nur dieser Kühlschrank. Aber Hauptsache gekühlte Spezies am Start für die Gäste. Jetzt ist es hier schon zu voll. Bro, jetzt sieht es schon zu menschlich aus. Aber, Dicker, du hast einfach einen Staubsauger am Start. Staubsauger. Geil. Jetzt war zurück zum richtigen Lockhart rein. Wir gehen jetzt schwimmen. Ciao. Und willkommen zurück aus der Hauptstadt Spaniens, aus Madrid. Und hier sind die neuesten Mitteilungen von OneFootball. Bellingham macht auch Zidane sprachlos. Er ist unglaublich. Und Pep meldet sich auch realistisch, warnt vor Real, unmöglich sie zweimal hintereinander zu schlagen. Das ist einer mit Ölsieltrikot. Habt ihr übrigens gesehen aus seinem Instagram, was für eine Maschine der geworden ist. Irgendwie lockert, falls nicht 15 Kilo Muskelmasse zugelegt. Vielleicht sind es sogar mehr. Ich kann das nicht einschätzen. Er macht den Tim Wiese. In zwei Stunden und 13 Minuten ist auch schon am Pfiff. Ich brauche es noch 16 Minuten zu Fuß zum Stadion. Karim Benzema. Die Ruhe vor dem Sturm. Bisher ist es hier noch sehr, sehr ruhig, aber das ändert sich gleich. Von der Seite bin ich noch nie zum Bernabeu gelaufen. Das ist hier voll das entspannte Viertel. Rechts, links. Hier überall so kleine Häuser. Und da vorne sieht man es auch schon. Ganz klar zu erkennen an der neuen Fassade. Ach du grüne Neune. Guckt euch mal diese Menschenmasse da vorne an. Boah, da passt ja kein Blatt dazwischen. Ich glaube, die warten schon auf den Mannschaftsbus. Der müsste jetzt jeden Moment kommen. Da ist jeder einzelne Spieler als Schal. Und schaut mal, sogar Cristiano Ronaldo ist auch noch am Stüssel. Natürlich für immer in Ehren wird er hier sein. Da ist auch einer mit seinem Trikot. Modric. Ich muss mich jetzt irgendwie so durchboxen, einen guten Spot erlangen, damit ich den Buskitz sehe. Boah, das ist echt. Man merkt, das ist kein Ligaspiel. Und es ist auch nicht irgendein Champions-League-Spiel. Es ist wie ein Finale heute. Schau mal, seht ihr das da vorne? Das ist Geisteskampf, was da abgeht. Da wird dann der Bus vorbeifahren. Wir brauchen den besseren Spot. Ihr habt es gesehen hinter den Gerüchen. Da kam der ManCity-Bus an und jetzt gibt es auch Rufe gegen Guardiola. Das andere Wort muss ich nicht übersetzen, wie sie ihn bezeichnen. Aufgrund seiner Bars, der Vergangenheit, muss er sich auch auf einiges gepasst heute machen. Eui, 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 ich dränge mich vor, Leute. Ich bin vorne. Heute kommt der Bus. Wenige Meter. Heute kommt der Bus. Gehen jetzt ab, kommt da der Marsch, oder was? Oh, und jetzt laufen die alle zusammen. Und mit rein in die Masse. Herzlichen, Polizei. Zwischen alles. Denn die müssen echt mit Basen-Atatou zwischen den Matenis das läuft. Berufsrisiko. Alle, 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 alle. Das mache ich du für den Vlog, ne, Leute? Damit ihr die besten Eindrücke bekommt. Ja, mani, alle, ja, mani, alle, alle. Wahnsinn. Oi, oi, oi. Das ist die nächste Büro. Okay, jetzt will ich wieder raus. Reicht doch schon wieder. Sie singen, wie werde ich dich lieben. Sie schreien, wir werden wieder Champion von Europa, wieder einmal, wenn ich es richtig verstanden habe. Oh, jetzt habe ich mich beim Sohn mal mit erwischt. Oi, 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 kein gutes Zeichen. Aber ein bisschen wird man natürlich von der Masse mitgerissen. Da wieder der nächste, the best of the world, Mbappé. Sie vergöttern und verhimmeln ihn jetzt schon. Berlinger natürlich auch, King of the City. Und da sind auch schon vier Pferdchen am Start. Quartett. Spielen die Multiteam, oder was? Ne, sind ja einer zu viel dafür. Übrigens, von der Seite ist das Stadion schon zu 100% fertiggestellt. Auch die ganzen neuen Eingänge sind jetzt am Start. Und die Aufzüge sind auch im Betrieb. Boah, es ist laut, Leute. Ich hoffe, es kommt dann auf Kameranzugüber, die Materialien sind hochmotiviert. Ich hoffe, dass die es durchbekommen, dass die das Dach schließen dürfen. Bart und Homer Simpson, was geht ab? Auf der Seite fehlt zum Beispiel immer noch einiges, vor allem von der Außenanlage. Können wir mal drüber gucken. Das ist auch neu, dieser digitale Screen, wo der Block angezeigt wird. Ich bin drinnen, ich musste nicht mal 10 Sekunden anstehen. Das ging ultra schnell. 313 ist der heutige Block für mich. So, schau mal jetzt ab. Oh mein Gott, Digga. Das Dach ist jetzt schon zu. Alter, das sieht ja noch mal ganz anders aus als vor, wann war ich das letzte Mal hier? Vor einem halben Jahr oder so? Erster Eindruck wie ein Stadion aus USA. Vor allem mit diesem 360-Grad-Screen oben. Der ist auch komplett fast fertiggestellt. Da fehlen jetzt nur noch die Ecken. Boah, Leute. Boah, das sind ja geisteskranke Plätze, Alter. Holy moly. 2,36 bin ich. Ich fass es nicht. Oh mein Gott, Leute, wie krank. Boah, Leute, guckt euch mal bitte diese Plätze an. Ich setze mich so ein bisschen an das Sophie Stadium aus Los Angeles jetzt. Das hat immer einen ganz anderen Flair, wenn das Gaff zu ist. Boah, ich kriege jetzt schon ein bisschen geflasht. Das wird auch eine Choreo geben, denn man muss etwas hochhalten. Okay, ich habe einfach nur das Weiße abbekommen. Komplett weiß. Los Blancos. Was haben die denn hier anzubieten? Hot Dogs, Bernabeu Nachos, Bocadillos, Burger. Hm, ich glaube, ich gehe mal einen Burger und einen Wasser. Das Flutlicht wurde soeben angemacht. Es ist erlasen, erleuchtet. Und wir beißen unseren Burger rein. Also, das Stadionessen ist sehr lecker. Hast du gedacht? Was geht? Was tippst du? Bayern, Sierra Madrid. Ich hoffe, es ist ein gutes Spiel. Ja, ja, 100%. Ich trinke gerade so entspannt, Leute. Auf einmal von oben kommt Schreie. Da. Anton, was geht ab? Alles klar? Das waren die besten Zeiten ever, als das noch Leos Wohnzimmer war. Das Bernaleo. Und die offiziellen Ausstellungen sind da. Vinicius vorne drin mit Wellingham, Rodrigo Kroos dahinter mit Valverde und Kamavinga. Etwas überraschend. Und zwar ist jeder Militar nur auf der Bank. Und Schormeni hilft aus als Innenverteidiger. Ansonsten, ja, Alaba und Courtois sind ja noch verletzt. Okay, sieht alles. Warte mal, wo ist De Bräune? Hä, ist De Bräune nicht dabei oder wie? Kovacic spielt statt ihm. Kovacic ist auch wieder dabei, aber ansonsten auch auf der Bank. Wo ist De Bräune? Da, der ist auf der Bank. Was ist da los? Irgendwas wird sich der Taktik-Fuchs Kordiola dabei gedacht haben. Vielleicht möchte er Kovacic gegen Wellingham einsetzen. Der hat ja Erfahrung mit Mandekong gegen Messi damals zum Beispiel. Kann schon auch ein sehr ekliger Gegenspieler sein. Mad City kommt rein und wird helllich ausgepfiffen. Frohe Ferling Haarland. Safe als allerletzter. Da sehe ich schon mal Jack Grealish. Alvarez. Da oben ist übrigens jetzt der komplette Ausstattungsblock von den Engländern. Ah ja, da ist er getarrt. Oh, jetzt geht's wieder. Nur ein bisschen Gepiffe gab's am Anfang. Jetzt haben sie sich wieder beruhigt und jetzt kommt ein bisschen sentimentale, traurige Musik. Denkt ihr, das machen die Veranstalter extra, damit sie die ManCity-Spieler so ein bisschen runterziehen? Ich glaube nicht, ich glaube, es ist ein Zufall gerade. Und jetzt kommen die Madrilenen rein. Ich muss hier schon wieder durchschreien, weil die Musik nicht, die ganze Sonata aufgedreht wird. Wer legt? Doni! Und sie beginnen jetzt schon. Leute, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lasst. Ein kostenloses Abo da lasst, damit ihr die nächsten Vlogs nicht verpasst. Lasst uns gemeinsam den Endspurt der Saison genießen und YouTube nochmal richtig auseinandernehmen. Ich hoffe, die Spiele werden auch richtig reinkneiden. Und ja, Europameisterschaft, ich freue mich so, Leute, auf die nächsten Monate. Es wird insane. Und ich habe das Gefühl, wir uns erwarten heute ein Spektakel. Und Jude? Kein Problem. Und Erling auf der anderen Seite? Kein Problem. Vielleicht kommt die Aufstellung von Real Madrid. Ich sitze genau zwischen zwei Real Madrid-Kinds. Oh, mein Mann, die bei Guardiola. Oh mein Gott. Hetzte und Reals Ausstellung. Das ganze Stadion ist rappelvoll. Hier ist nicht ein Platz frei. Groß. Das Spiel oben funktioniert leider noch nicht. Juhu. Belliger. Finition. Juhu. Aus Höflichkeit werde ich gleich bei der Guardiola das auch mit hochhalten. Und jetzt wird als erstes die Hymne von Real Madrid gesungen. Das ganze Moment schon raus. Das ganze Moment schon raus. Das ist sehr laut. Wahnsinn. Gänsehaut. Muss ich ehrlich sagen. Oh mein Gott, Leute. Das Wappen von Real Madrid auf der einen Seite. Hier ist es, glaube ich, einfach nur weiß. Ab und zu lila Streifen. Die Mannschaften kommen raus. Das sieht krank aus. Das tue ich hier schon wieder eigentlich gerade. Mein Gott. Gestört, gestört. Und jetzt auch noch die Champions League wieder zu. Also ich glaube, so hart für Schlauertritt-Fans dachte ich noch nie. Ich war natürlich schon vor allem auf der Haupttribäne bei Klassikus und so, wo ich auch live sein musste. Aber hier sind halt viel krassere Fans als auf den Haupttribänen. Viel lauter, machen alle mit, schreien. Boah, das ist krass, dass wieder Blockspringen. Geil. Wie werde ich dich lieben, singen Sie wieder. Wieder Champion von Europa zu werden. Und ein Stoß. City im Ballbesitz. Real Madrid spielt die erste Heimzeit noch auf unserer Seite. Vinicius wird gleich genau da unten die ganze Dribbe. Oh, da kickt er schon jetzt erstmal den Ball. Ich sag's doch. Vinicius. Halt auf. Nein, es wird gefährlich. Okay, okay, alles gut. Real passiert in der ersten Spielminute die erste gelbe Karte. Schiri greift sofort konsequent durch. Und hier konnte ich jetzt nicht genau die Herze des Fouls einschätzen. Und City mit dem Freistoß. Der Nanosilber ist der größte Frechdachs der Geschichte. Oh mein Gott, aber, also, ich weiß nicht, ob Lule den hätte halten müssen, oder ob der Freistoß immer noch perfekt war. Ja, schwer zu sagen, aber genial, eine geniale Aktion von Protagiesen. Leute, zweite Minute, Manchester City mit 1 zu 0, Papierrechtsfreistoß. Super-GAU-Anfang für Real. Aber wir kennen sie in der Channel-Fix. Sowas schafft ihn nicht allzu schnell. Das ist gut, die Comedy-Sauce, oder? Aber die Madrid-Sauce, die sind auch geschossen. Neben mir auch. Vor! Der kleine Junge war jetzt auch schon normal. Jetzt kommt der Messi die Scheidt. Vor dem. Okay, jetzt ist der Maus. Vinicius mit dem ganz leichten Body-Check. Alles fair. Bellingham, Rodrigo, so, jetzt Real Madrid. Baut den ersten Angriff des Spiels auf. Prost. Prost. Ei, ei, ei! Vellingham regt sich höllisch auf! Ich verstehe bis jetzt auch nicht die Linie vom Schiri. Ganz komisch. Pobacic! Viel zu viel Platz für die City-Sitz! Sollt! Komma, komm! Komma! Komma, komm! 2-0. Nein, sie können es doch blocken. Der Schiede gibt wieder nicht das Foul gegen Vinicius. Das Stadion kocht. Ist ja geisteskrank. Boah, hättet ihr gerade gesehen, wie die alle aufgesprungen sind. Wirklich die komplette Seite. Das geschlossene Dach macht echt nochmal einen Riesenunterschied. Ich habe das Bernabeu selten so laut erlebt. Außer wenn irgendwie die Klassikos mal extrem hitzig wurden. Aber Leute, ich meine, wir haben erst die siebte Spielminute und es ist unfassbar laut. Wirklich gestört. Und ich war schon sehr, sehr oft hier. City lässt gerade schon locker über eine Minute ganz entspannt den Ball laufen. Und Real läuft hinterher, versucht auf Konter zu gehen im eigenen Stadion. Die sind so beisicher, die geben nichts hervor. Guardiola steht auch schon an der Seitenlinie. Carlo Ancelotti gibt Anweisungen. Das war geil gespielt von Real Madrid. Erstmal der Seitenwechsel nach drüben. Jetzt wieder zurück. Seitenwechsel auf Rodrigo und zieht in die Mitte. Valverde auf Kroos. Jetzt stehen die natürlich wieder sehr tief hinten drin sortiert. Zwei fetten Abwehrreihen. Schau mal, wie tief alleine Erling Haaland in der eigenen Hälfte da ist. Das Gefühl, die machen gleich das Tor schon. Oh, 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 oh. Meine Güte. Das war der erste Schuss, Leute. Der geht auch rein. 1-1. Oh mein Gott, sehr viel Platz für Rodrigo. Rodrigo! Rodrigo! Ah! Ich hab vollkommen Schmerz jetzt schon. Leute, ich muss ehrlich sein. Ich hab Geld verdammt, ich hab komplett Schienbein bekommen. Hat er wieder Glück gehabt. Er war ja schon wieder abgefälscht. Aber allein die Aktion, der Lauf von ihm, überragend hat sich gemacht vom Brasilianer. Meine Stimme ist jetzt schon einfach. Wieder irgendwie durch die Hose gelegt, abgefälscht. So ist es keiner mehr Leben länger. Was geht mit dem Publikum aus? Leute, lasst alle da unten. Wunderbar, was für ein Glück. Eine Gescheiße. Und ZT Maghreb. Oh, Lule, wer hat den? Oh, 2-2-1 schon. Keine Stimme mehr. Oh, 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 oh. Was für ein Kontakt. Oh, der Vier hat uns vorbei. Ja, jetzt ist das voll überragend. Sehr fein gemacht. Mal werde. Oh, 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 oh. Und Rodrigo wieder. Ich hätte gar keine Stimme mehr gehabt, der hätte ihn auch noch reingehauen. Der wird nicht feierhaft gewesen. Das war das gute Spiel. Aber Real Madrid blockt es wieder. Auf Vinicius. Vinicius Junior. Legt auf. Alter, Rodrigo spielt so. Von Vinicius animiert das Publikum. Touch'n'up. Es ist verdient für Real Madrid. Das Kasse ist halt klar. Das ist nicht einmal nie verunsichert. Ich habe Stoppys sogar gekallt nach dem Rückstand. Klar, sie hatten auch ein bisschen Glück, dass sie nicht das 2-0 kassiert haben. Oder City hat gekickt, dass sie es nicht gemacht haben. Aber ganz ehrlich, selbst 2-0 heißt für Real Madrid nix. Also der Schiri heute ist ja ganz, ganz komische Linie. Ich verstehe nicht. Die Spanier scheint fuera. Raus, raus, raus. Okay, jetzt trägt sich Rundias extrem auf. Bellingham hat die Saison auch schon mal rot kassiert. Er kann auch sehr emotional werden, vor allem in solchen wichtigen Spielen. Aber ich denke, sowas gehört doch einfach dazun im Champions League-Viertelfinale. Kackstengessel heute in Madrid. Fans haben im Vorfeld nicht so viel versprochen. Sie wollten das geschlossene Dach, um das Maximum rauszuholen. Und das machen sie. Seht, die spielten Ball nicht raus, obwohl Rodrigo auf Bonn liegt. So oft schon das B-Wort heute gehört. Und der Staff von Real Madrid ist noch auf, dass sich an der Seitenlinie regen sich alle extremst auf. Schauen wir gegen den vierten Offiziellen auch. Erlingham holt es kurz was zu trinken. Rodrigo wird behandelt. Es ist Pause. Mein Halbzeit-Fazit. Erstens, Rüdiger hat Erling Haaland komplett in seiner Hosentasche, gewinnt gefühlt jeden Zweikampf gegen ihn. Kovacic muss sofort ausgewechseln werden, hat meiner Meinung nach gar kein Infekt. De Bruyne muss für ihn rein. Na ja, Madrid hat einen extrem guten Tag erwischt. Und dann wird es zu Hause fast unmöglich sein, auch wenn du Manchester City bist, dich hier zu besiegen. Wie rot bin ich eigentlich bitte im Gesicht? Unbedingt erst mal den Bayern-Spielstand abchecken. Ich habe noch nicht einmal drauf geguckt. Was geht denn da? Bayern war ebenfalls 1-0 hinten nach Tor von Saka und dreht es über Gnabry und Harry Kane per Elfmeter. Wer hätte das gedacht nach der Niederlage in Heidenheim? Zumindest die ersten 45 Minuten gelingt es ihnen, den Champions League-Schalter anzumachen. Ernesto ist auch im Stadion, Leute, aber sitzt ganz woanders. Er schreibt, ist mein erstes Mal, ich hier hatte, Tränen, Bro. Einfach hier zu sein, ist eine Riesen-Ehre für mich. Ey, das freut mich wirklich extrem für ihn. Geil. Wenn man Realfan ist und so ein Spiel als allererstes erwischt, dann 12 von 10. Ciao, lieben. Seit klein auf, freut sich hierhin. Backcamp-Sidan-Zeit. Geil, nee. Liebe Grüße, gehen raus. Boah. Der kann auch mal sitzen an einem sehr guten Tag von Jack Grealish. Ein Verlust. Verlinge, verlinge. Oh mein Gott, wie knapp war das denn? Two, fast mit dem 3-2-1. Aber wie geil hat er das bitte wieder gemacht? Wer verzögert den einen ins leere Griechlef? Ja, das ist das. Boah. Rodrigo mit dem Kopfball. Sigi bleibt gefährlich. Boah, tolle Ballannahme von Rodrigo. Felizios. Boah. Boah, nun, lässt ihn abprallen. Sah da nicht ganz so sicher aus. Versucht's immer wieder mit Distanzschüssen, aber nicht platziert genug. Boah. Das ist ja das. Weiß ich gar nicht, wie little guy lebe. Aber das war so sicher. Aber es ist das denn aus dem KäON- und Betrieb. Die meinte, die mich nicht damit reuht. Das war schon sehr klar. Nach so ein Traum gespielt. Aber ich glaube, das ist das wichtigste und schönste Tor, was Phil Foden bisher in seine Komplettkarriere geschossen hat. Spielt ja auch eine überragende Saison. Boah, Leute, Alter, was ist für ein Tor, Digga? Oben links in den Gegend. Ich glaube es nicht. Was ist das? 2 zu 2 war mein Tipp. Es ist doch so 6.37 Uhr zu spielen. Mittagspielzeit, feierabend. Fodrig. Jetzt spielt Man City auf mit breiter Brust. Ganz anderes Fußballspiel, aber bei Real heißt das nichts. Die können auch wieder aus dem Nichts sofort ein Tor machen. Sie singen Champions of Europe, we know who we are. Und Grealish. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Unglaublich. Das ist doch unfassbar. Was geht hier ab, Leute? Ich fass es nicht. Die drehen das Spiel mit zwei Traumtoren. Ich darf wirklich nicht zu sehr lachen, bevor ich hier ganz angekackt bin. Ich bin im Dispelier. 3 zu 2, ich sitze. Ich bin wirklich sprachlos. Ich habe keine Worte mehr. Boah, wenn ich noch einmal einen Wolfsburg kriege, kann ich mehr. Oioioi, da drehen sich schon ein paar Fans um. Das machen sie ganz gerne in Manchester, wenn sie die andere Mannschaft demolieren. Aber nicht, dass sie noch Karma bekommen und Real denen auch zumindest den Ausgleich einschenkt. Solche Fußballspiele werden natürlich auch von individueller Klasse entschieden. Und das hat natürlich Manchester City genügend. Ich habe erst jetzt gecheckt, dass es Joschko Guardiol war. Ein Innenverteidiger macht so ein Tor. Was soll ich so sagen? Ich korrigiere mich. Er spielt heute als Linksverteidiger. Aber es ist natürlich gelernter IV. Und da ist er wieder. Guardiol auf Grealish. Kein Abseits. Die dürfen jetzt nicht das 4 zu 2 kassieren. Sonst wird es ganz schwer im Glückspiel. Auch für Real Madrid. Boncheck. Der kann natürlich gut dribbeln. Holt die Ecke raus. Boah, der Waden. Bitte guckt euch das mal bitte an. Das ist ja ein Mutant. Und De Bruyne ist einfach immer noch nicht eingewechselt worden. Ich checke es nicht. Die spielen ohne Kevin De Bruyne. Kann er ja nicht 100% fit sein. Sonst hätten die ihn zumindest eine halbe Stunde eingewechselt. Aber er ist auf der Bank. Brahim. Ja, jetzt. Guardiol gewinnt jeden Zweikampf. Was macht er für ein Fußballspiel? Erling Haaland ist fast das ganze Spiel lang unsichtbar. Er wartet die ganze Zeit, dass er einfach diesen einen Ball bekommt, um dann den Fuß reinzuhalten. Ansonsten wirklich sehr, sehr wenig von ihm. Aber er ist natürlich auch sein Spielstil. Ich verstehe das. Aber er wird heute auf jeden Fall ordentlich gecarried. Mal wieder in einem großen Fußballspiel, wo er kaum dran teilnimmt. Also klar, er bindet auch den einen oder anderen Realspieler und beschafft Räume. Also 0,0 macht er jetzt auch nicht. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich schad mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Allgemein zum Spiel, zu Erling Haaland, zu allem, was euch einfällt. Auf dem Nichts! Auf dem Nichts! 3 zu 3! Ein Reamer-Tritt verschlingt einem immer wieder die Schlage. Immer wieder! 3 zu 3, meine Damen und Herren! 3 zu fucking 3! 6 Tore in Bernabeu im Viertelfinale ins Spiel. City wird sich so in den Arsch beißen. Die hatten eigentlich die ganze Kontrolle gerade wieder. Aber das reicht einfach nicht in real. Die machen kurz den Ultra-Stick an oder... Bapp! Oh! Was? Das Vierte! Was geht hier ab? Mich wundert hier gar nichts mehr. Die machen gleich noch das Vierte. Ui! Die Spanier sind auf 180. Keine Hand. Vorher treibt den Korte an. Wo ist Haaland? Das wäre jetzt mal seine Aktion. Mit Tempo. Boah, das haben sie gut gespielt. Haaland startet. Kaltfoul. Oh! Boah, das war noch Safe-Ball. Hä? Die Spanier sind auf 180. Ich hab mir auf die Zunge gerettgebissen. Ich blute einfach. Ich hab's nicht gecheckt. Was? Der Schiedsrichter pfeift ab, Leute. Es ist nichts mehr passiert in der Nachspielzeit. Die Mannschaften haben sich zufrieden gegeben mit dem 3-3. Und alles wird im Rückspiel in Matches entschieden. Ich muss jetzt mal kurz rüberfahren. Ui, ui, ui. Auch die Bayern spielen unentschieden. Trossat macht das 2 zu 276. Minute. Ich freu mich gleich voll die Highlights noch anzuschauen. Das Game wird ebenfalls im Rückspiel noch extrem spannend an in München. Äh, nee, Bro. Hör auf. Anton. Boah, wie kannst du überhaupt noch eine Stimme haben, Mann? Ich weiß es nicht. Ich bin das erste Mal hier und erlebe so ein Spiel. Ich zahle 600 Euro dafür. Ich hab Tränen gehabt am Anfang und erlebe so ein Spiel. Das waren die besten 600 Euro meines Lebens. Pro Tor 100 Euro. 3-3. Stimmt, stimmt, stimmt. Wahnsinn, Digger. Ey, Bro, was hast du für einen Glücksgriff, dass du sowas als erstes Game hier erwischt? Geistkrank. Sogar ich als Barca-Fan bin durchgedreht. Das war geistkrank. Das war so laut, man. Ja, ja, ja. Auch, ey, also ich hab ja nie geschrieben, das Spiel war zehnmal krasser von der Stimmung als Klassico. Sogar als noch Messi und Ronaldo damals da waren. Die Lautstärke heute war unfassbar. Ich hab so's auch hier noch nie erlebt. Nur damals, wo die auch gegen City die zwei Tore gemacht haben. Ja, ja. Aber sonst, das war heute, der Durchschnitts-Lautstärke-Pegel war sehr, sehr hoch. Uff, und das Bernabeu bei Nacht. Wunderschön. Ich hoffe, euch hat dieser legendäre Stadion-Blog gefallen, Freunde. Ich glaube, der geht in die Geschichte ein von meinem Kanal. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Buenas noches aus Madrid. Eini macht aus, wenn jetzt mal Abschiede und haut rein. Und ich hoffe, meine Stimme ist morgen ready für ein Auslandsblock gegen PSG. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.